Hallo und herzlich willkommen, hallo und herzlich willkommen zum 20. FIFA 21 Champions League Stream. Das war jetzt kein guter deutscher Satz, aber wurscht. Mit dabei ist der Ending. Und ich würde sagen, gehen wir es auch. Ja, willkommen hierzu Chelsea gegen Fenja. Keine Sorge, das hat er öfter. Ist er noch da? Ich? Ah ja. Wo soll ich hingehen? Kann ich da sein können. So, vielleicht sollte ich da weiter tun? Ja gut, also, was will denn das Team da fragen? Da habe ich den Haberer hergekauft. Okay. Okay. Ist gut. Machen wir. Bitte? Es ist okay. Okay, finde ich auch. Ja, also Fenja gegen Chelsea. Ausbindungsteam gegen meinen ehemaligen Geheimfavoriten Chelsea. Schauen, ob ich die wirklich so wieder eine Leistung hervorwollen kann. Also, wie so viele Spiele wie Chelsea abgegeben hat, waren alle vier. Also, Weltklasse. Ja, man wird dann, wie gesagt, viel neu zu gehen. Und dann haben wir noch Sonot. Und dann haben wir noch Sonot. Ja, auch Schnatterer. Neu auf der rechten Seite. Zum Ahntesten. Das hat man einmal. Das hat man geholt. Ja, hier war man auch nicht untätig. Man hat, ich glaube, drei waren es. Drei Leute geholt. Ja, das war schön. Erste Mal in Köln für Fanyuat. Und ist Turing leider. Es ist so laut, in der Mitte man sitzt. Trinkforder mit dem Tor. Oh. 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 Schnappt er da zur Ecke. Wo musst du ihn reinlassen? Ich finde, der hat ein wenig gezeigt. Oh, schon ein Pass. Oh, hier zwei noch hinten halt. Andere Richtung. Ja, wieder gut. Gesehen hier. Oh. So laut. Sehr auffällig. Gut, noch nicht zu schleifen. Gut, schön aufgepasst. Wow. Wo? Auf. Ah, ganz nett. Aber nicht dahin. Bist du da mit Skrittel? Zwei Mal gleich! Boah! Scheiß die Wand aber! Boah, das ist natürlich jetzt Graz gewesen, zweimal. Beim ersten Mal dachte ich, okay, gut, aber dann habe ich es wieder vom Zultat gemacht. Boah, super! Schöner Schuss! Koko! Auch einer der Spieler des Turniers. Kurz oder andere, ganz wichtig. Ich glaube aber einer, der sich noch beweisen muss. Ja, toll, ja. Das war jetzt nicht zu 100%. So, wirklich wichtig noch. Ja, man bleibt aber trotzdem. Das gefällt mir. Einen Wechsel gibt es hier. Den Mann, den man geholt hat vom Ausbildungsteam. der auch Platz zwei im Turnier wurde. Oder drei. Ich glaube zwei. Oh, das war nichts. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, das war's. Da ist ein Ex-Coup eigentlich so. Die müssen ja drehen. Ich muss nur da zweimal schreien. Aber hier sind wir wohl da schreien. Ah, trinkbar da. Zuerst, ich schreibe ich schon mal. Na gut. Nehmen wir. Ich weiß nicht, was wir sehen. Ich komm einfach mal. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, noch nicht so gut. so man hat ja hier den halben bayernflügel gekauft bin ich drauf gekommen den halben bayernflügel jetzt insgesamt gesehen knabry spielt dort schon ist jetzt hier reingekommen sind wir in Park Oh, das ist... Oh, schade. Oh, das war eine gute Idee. Die Idee war gut, die hat man schon gedacht. So, dritter Wechsel. Pignanado umgeht, Lorente kommt. Oh, scheiße. Nein. Ich muss da viel dazuschauen. Oh ja, da gibt es nicht mehr eine Karte. Oh ja, genau. Oh ja, da gibt es nicht mehr eine Karte. Oh ja, da gibt es nicht mehr eine Karte. Oh ja, da gibt es nicht mehr eine Karte. Oh ja, da gibt es nicht mehr eine Karte. Oh ja, da gibt es nicht mehr eine Karte. Oh ja, da gibt es nicht mehr eine Karte. Danke. Oh, du kannst nicht mehr... Sehr stark, Fanyard. Oh, ich kann nicht mehr wechseln. Gut. Ah ja, genau. Dreimal. Dreimal wollte ich schon. Das könnte eine kleine Freundschaft eventuell sein, wenn sie so weitermachen. Florente. Ja, das ist schon die 90. Minute. Machst du noch mal Spaß? Ah! Oh! 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 Guck mal, stark. Ja. Ja. Stark. Durchgesetzt, der Fingert. Ja, was anderes kann man nicht sagen. Ja, Chelsea, irgendwie da war die Offensive heute nicht so präsent wie im Zehnten.